Hallo meine Zaubermäuschen und herzlich willkommen zu Unicorn! Heute möchte ich mal mit euch durchgehen wie man am besten den Apex modelliert, d.h. den Hügel des Aufbaus. Das ist extrem wichtig für die Haltbarkeit des Nagels, so dass auch keine Ecke abbricht und der Nagel auch nicht durchbrechen kann. Viel Spaß dabei! Wozu ist dieses ganze Prozedur eigentlich gut? Es dient dafür, dass der Nagel Stabilität bekommt und eine gewisse Dicke. Jetzt werden viele Kunden sagen, ich will es aber nicht so dick haben, mach es so dünn wie möglich. Ja, ihr solltet es so dünn wie möglich machen, aber ihr solltet es auch so dick wie möglich machen, so dass es drei bis vier Wochen hält. Nicht, dass die Kundin dann schreiend bei euch in den Laden kommt und sagt, aua, aua, mein Nagel ist durchgebrochen oder mir sind ein paar Ecken abgebrochen. Das ist natürlich nicht das, was ihr wollt. Deshalb, ihr müsst eine bestimmte Dicke einhalten und natürlich auch den Aufbau einhalten des Apex beziehungsweise den Hügel des Aufbaus. Zum Aufbau hier kann ich euch nur den Tipp an die Hand geben, nehmt am Anfang ein sehr dickflüssiges Gel, das heißt mit einer hohen Viskosität, damit euch das nicht so schnell in die Ränder reinläuft und ihr ein bisschen mehr Zeit habt, das Ganze auf den Nagel aufzutragen, bis es dann wirklich perfekt sitzt. Wie sollte der perfekte Aufbau beziehungsweise der perfekte Apex eines Nagels aussehen? Ich zeige dazu mal ein kurzes Bild. Das Ganze sollte so aussehen, dass am Anfang des Nagels, das heißt an der Nagelhaut, die Modellage beziehungsweise der Aufbau sehr dünn ist, damit es beim Herauswachsen nicht auffällt, dass da wirklich eine Kante ist. Außerdem sollte an der Bruchstelle des Nagels die dickste Stelle sein. Genau da sollte der Apex sitzen, das heißt der Hügel des Aufbaus. Dient dazu einfach, da ist die Bruchstelle, das heißt die Stelle, wo am meisten Druck drauf kommt, wenn der Kunde irgendwo gegenstößt. Dort sollte wirklich das meiste Gel sitzen. Dann sollte an der Spitze des Nagels das Ganze wieder abfallen, damit wenn man nach vorne drauf guckt, der Nagel nicht zu fett aussieht. Es darf natürlich auch nicht zu dünn sein, weil wenn es zu dünn ist, kann natürlich die Spitze abbrechen. Außerdem sollte man, wenn man von vorne drauf guckt, auf die C-Kurve drauf guckt, die Seiten auch nicht zu dünn sein. Man sagt immer, so ein Millimeter Dicke sollte schon drin sein, damit auch an den Seiten eine gute Stabilität gewährleistet sein kann. Die Bruchstelle des Nagels beziehungsweise der Stresspunkt des Nagels, hier grau eingefärbt, verändert sich natürlich mit der Länge des Nagels. Umso länger der Nagel ist, umso dicker muss der Aufbau sein, beziehungsweise umso höher muss der Apex sein. So, wir haben den Nagel jetzt vorbereitet, das heißt, wir haben entweder Haftgel aufgetragen oder wir sind jetzt schon beim French oder besser gesagt, nach dem French. Und wir fahren jetzt mit dem Aufbau-Gel fort. Nehmt euch einfach euer Aufbau-Gel und dann erstmal ein wenig davon auf den Pinsel. Tragt das Ganze erstmal dünn auf. Ganz wichtig, wieder nicht an die Haut kommen. Und einmal dünn auftragen. Dann nehmt ihr euch einen Tropfen. Kommt natürlich darauf an, wie groß der Nagel ist. Umso größer der Nagel ist, umso mehr müsst ihr auch auf den Nagel schmieren. Und dann modelliert ihr das Ganze auf den Nagel. Ich gehe dabei so vor, dass ich erst in der Mitte anfange, das Ganze dann zur Nagelhaut schiebe, mir dann die Seiten vornehme und mich im Zickzack nach vorne arbeite. Ganz wichtig, nicht mit dem Pinsel auf den Nagel kommen, denn ihr zieht und schiebt das Gel nur hin und her. Wenn ihr an der Spitze angekommen seid, dann streicht das Ganze einfach nach vorne ab. Wenn ihr an die Haut gekommen seid, nehmt das Ganze weg. Ihr müsst natürlich auch ein wenig schnell arbeiten. Dann macht noch mal einen kurzen Blick an die Seite, ob es auch wirklich passt mit dem Apex. Und dann rein in die Lampe damit. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal von der Seite. Wie gesagt, nehmt euch ein Tropfen Aufbaugel aus dem Tiegel und dann arbeite ich mich von der Mitte zur Nagelhaut zur Seite und ich berühre nicht den Nagel dabei. Ich ziehe und schiebe das Gel nur von A nach B. Minusst auch die Spitze des Pinsels oder besser gesagt die Seitenspitzen des Pinsels, um das Ganze dahin zu bringen, wo es hin soll. Wenn ihr dann an der Spitze angekommen seid, zieht das Ganze einfach nach vorne herunter. Werft nochmal einen schnellen Blick an die Seite, damit ihr auch sicher gehen könnt, dass der Apex richtig ausgeformt ist. Das heißt, Apex ist ja übersetzt die Spitze oder der Hügel und dann ganz schnell in die Lampe damit. Achtet auch darauf, dass ihr an der Spitze nicht zu dünn werdet, auch wenn die Kundin jammert. Aber dann können auch Ecken abbrechen und dann wird die Kundin auf jeden Fall jammern. Zur Reihenfolge kann ich nur sagen, macht jeden Finger einzeln. Besonders bei dem Daumen und bei dem Zeigefinger solltet ihr darauf achten, dass die Kundin ihn einzeln reinlegt in die Lampe. Denn Daumen und Zeigefinger, wenn ihr mal eure Hand flach auf den Tisch legt, werden die meistens so ein bisschen schief liegen. Wenn diese Finger schief liegen oder wenn generell ein Finger schief liegt, kann das Aufbaugel zur Seite wegheben und in die Ränder reinlaufen. Das Ganze bekommt ihr dann sehr schwer wieder schön gefeilt und die Arbeit könnt ihr euch einfach ersparen. Wenn ihr dann alle Finger fertig habt und alle Finger auch in der Lampe drin waren, das heißt die Reihenfolge ist so, dass ich beim kleinen Finger anfange, wenn ich dann über den Mittelfinger bis zum Daumen arbeite, das heißt der Daumen ist jetzt zuletzt drin und ist ausgehärtet, dann lege ich persönlich oder lasse ich persönlich die Hand der Kunde nochmal komplett in die Lampe legen, damit die ganzen Finger noch einmal komplett durchhärten können und ich sicher sein kann, dass das Ganze auch richtig fest ist. Wenn ihr Gel aus dem Tiegel nehmt, achtet darauf, dass ihr nicht zu panisch im Gel rumwirbelt. Bei vielen Anfängern sehe ich es immer so, dass die versuchen hier irgendwie so sich das Gel rauszuziehen und dadurch kommen Blasen in das Gel hinein. Ist natürlich blöd, weil diese Blasen tragt ihr dann auch auf den Nagel auf und habt dann das Ganze im Aufbaugel drin. Diese Blasen bekommt ihr dann schwer wieder aus dem Gel herausgezogen. Deshalb versucht wirklich nur einmal einzutunken, rausziehen, das Ganze so ein bisschen drehen, damit sich das Gel ablöst und schon habt ihr Aufbaugel ohne Blase. Falls ihr wirklich mal eine Blase im Aufbaugel auf dem Nagel habt, zeige ich euch jetzt auch mal, wie ihr das am besten rausbekommt. Ich hoffe, man sieht die Blasen ein wenig. Ja, hier vorne ist eine, genau. Ich trage jetzt erstmal das Aufbaugel ganz normal auf, wie ich es immer machen. Wenn die Blasen oben sind, könnt ihr sie entweder aufstechen, also wenn die schon oben an der Oberfläche angekommen sind, könnt ihr sie entweder ein wenig aufstechen. So wie jetzt. Oder hier vorne ist auch noch eine. Ihr könnt sie auch aus dem Gel herausziehen. Ich versuche die dann immer so ein bisschen rauszudrehen, bis sie vorne an der Spitze angekommen sind und dann ziehe ich sie einfach aus dem Gel heraus. Und schon habt ihr einen Aufbau ohne Blasen. Jetzt fallen mir das Gel nach. Das heißt, ihr habt jetzt quasi einen Rohdiamanten vor euch liegen, den ihr jetzt in die perfekte Form bringt. Und das machen wir am besten so, dass wir hinten anfangen. Also ich persönlich fange hinten an und arbeite mich dann über die Seiten nach vorne. Wirklich auch alles anrauen. Denn wenn ihr jetzt gleich Schellack auftragen möchtet zum Beispiel oder etwas draufmalen möchtet, ist es immer besser, wenn alles angeraut ist, damit das ganze auch gut halten kann. Werdet an den Seiten nicht zu dünn, denn wie gesagt, dann kann auch schnell mal eine Ecke abbrechen in den drei Wochen, bis die Kunde wieder zu euch kommt. Arbeitet hinten den Übergang zum Naturnagel schön flach, damit es nicht zu stark auffällt, wenn er herauswächst, der Nagel. Und arbeitet den Apex schön heraus. Auch mit dem Buffer dann noch einmal über den Nagel gehen, auch unter den Nagel, damit ihr die ganzen Nagel, Fussel, Rest, Sachen wegkriegt. Und dann ist der Nagel fertig gefeilt. Falls ihr unter dem Aufbaugel French habt oder irgendwelche andere Sachen, achtet darauf, dass ihr den French jetzt nicht an den Seiten wegfeilt. Das passiert schnell mal, wenn ihr an den Seiten zu dünn werdet. Deshalb schön drauf achten. Wenn dann doch mal Gel auf die Haut gelaufen sein sollte, löst dieses Gel einfach mit einem kurzen Druck auf die Haut und dann könnt ihr es ganz einfach wegfeilen. Wenn ihr mit der einen Hand fertig seid mit Pfeilen, darf die Kunde natürlich nicht mehr drankommen. Das heißt, nicht mehr durch die Haare gehen oder ins Gesicht fassen. Denn ihr wollt ja noch Versiegelung auftragen und wenn dann Fett an diese Modellage kommt, kann die Versiegelung nicht mehr richtig halten. Das war es jetzt auch schon mit dem Aufbau des Nagels. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr das Ganze am stabilsten gestalten könnt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, sharen, teilen, liken und auf Facebook, Twitter oder Instagram könnt ihr mich auch besuchen. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer hier oben könnt ihr es abonnieren, hier unten mein letztes Video und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Was wollte ich sagen? Nicht quasi. Statt quasi sagst du entweder. Okay. Ich soll die Kärtchen hochhalten? Ja, wäre gut. Und. Ich soll euch dafür eine schöne Kärtchen hochhalten.